Hallöchen! Wir haben kurz eben den Server neu gestartet und hoffen, dass es jetzt um flüssiger läuft, aber es sieht irgendwie nicht so aus. Aber mal schauen. So, ich würde mal sagen, ich brauche hier mal unten die Farmab und die Setzlinge, wenn es geht, mal hier zu mir bringen. Wo bist du? Ja, der sieht so geil aus. Wie kann man mich übersehen? Geil! Wie sieht sie aus, sondern wo bist du? Besamt mich mal, besamt mich mal. Oh, falsche Richtung. Nein, das wird mir zu viel, ich muss weg. Was ist das? Ich glaube, ich hätte auch noch was. 43 Bäume, Setzlinge, um Gottes Willen. Pass auf, kommt noch mehr. Oh, ich habe es abgebaut, das tut mir leid. Ist egal, mach weiter, du machst das schon. Keine Kontrolle über mich selber hier. Deine Schrift, du drückst jetzt kannst du einen einzelnen Block ab. Okay, ich mache mal hier das erste Paratons. Ich gehe mal noch mal ganz kurz ein paar Monster töten, um Pixel zu haben, damit ich meine Ausrüstung zusammenbasteln kann. Genau. Ah, okay, soll ich dir helfen? Ja, doch, doch, doch. Doch, nimm mal mit, please. Alleine draußen ist sehr gefährlich, mein lieber Freund. Ja, echt mal sehr gefährlich. It's dangerous to go alone, take this. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Achso, da kommt der Hydropi schon an. Ich weiß wo. Da oben, da bist du doch. Oh, ja. Ach, da seid ihr, okay, cool. Hier sind wir, ja. Wir bauen eine Treppe. Hört es! Oh! Na ja, so eine Holiday Spirit braucht doch keine Sau. Nein! Du kannst den Bart wachsen lassen mit. Alter, wie weit fliegt denn das Fliech weg? Ein schicker weißer Bart. Das ist doch was Nettes. Ziemlich sexy, ne? Exe! Oh! Oh my! Oh my! Oh my! Wo stirb jetzt? Und droppen die alle keine Pixel? Sollen das? I don't know. Das Problem hatten wir auch. Also, immer wenn man Pixel braucht, dann kriegst du keine. Und wenn du keine brauchst, dann kriegst du sie. Genau, genau. Die könnt ihr wirklich eine Pixelmaschine bauen. Das müsst ihr schon, oder? Eine Pixelmaschine. Nee, erst nach der zweiten Endgegner. Echt? Ah, okay. Amt sein Boss, okay. Nächsten Tier-Tech. Wo seh ich denn, wie viel... Da brauchen wir erstmal schöne die Hirn. Aber von daher, dass wir keine mehr Leute haben. Die Hirn besitzen, wird das eine ganz schwere Aufgabe. Ach, wir brauchen diesen Brain Extractor oder sowas, ne? Dann können wir ja schon bauen. Wir bauen jetzt erstmal die Karte. Ich würde sagen, das mache ich mir grad zur Aufgabe, die Karte schon mal zu bauen. Okay. Damit wir die Technologie des Schiffes weiter upgraden können. Die finde ich nicht sinnvoll, damit wir am Beta-Sektor kommen irgendwann und all die wieder wegschmeißen können. Ja, genau. Die Star Map. Upgraden. Ziemlich gute Idee, Freunde. Wo krieg ich jetzt Pixel her? Ich brauch Pixel. Ja, ich wollte grad sagen, dafür brauch ich 450 Pixel, bevor ich das Upgrade bauen kann. Ja, ich kann's auch machen. Ich hab 1100. Ja, dann geh mal bitte an den Crafting Table und schrafen uns das, Mann. Ich hab nicht gecheatet, ich habe fleißig gesammelt. Wie so ein... Und der ist weniger gestorben als wieder. Außerdem bin ich ein Pimp, Alter. Ich hab die Kohle grad abgeholt, ey. Mann, Mann, hier ist was los. Bei meinen Pferdchen. So, wo muss ich hin? Crafting Table, sowas. Also an den erweiterten Anvil, den wir gemacht haben. Oh, ja. 25. Star Map, Star Map. Achso, ja. Alter, Crafting Table. So, was brauchen wir? Ne, ich brauch noch 5 Iron Bar. Wo haben wir die Dinger? Da oben in der grünen Kiste sind die ganzen Wachen drin. Genau, genau. Achso. Boah, ich bin grad total unfähig. Äh... Da. Du bist unfähig. Ich bin unfähig. Übertrieben unfähig gerade. Dann würdest du noch die ganze Woche drin sehen. Dann geh ich's nämlich grad mal einbauen. Craft. Ich geh auch gleich mal wieder hoch aufs Schiff. Wo bist'n du da? Warte. Leckere Bananen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Da. Okay. Der steht da, Jungs. Bitte sehr. Geh mal weiter, was Produktives tun. Jetzt auf einmal, sollen wir hier direkt ausbauen. Wer hat das schicke Bett hier hingestellt? Ich leg mich mal hin. Das mach ich mit dem Finger weg. Das tut gut, das tut gut. Nichts gerissen im Part und schon legt er sich wieder weg. Ja, das ist so. Ich bin sehr müde. Ich bin grad sehr müde. Auch in real life. Ist doch gut. Du entlastet deinen Server ein bisschen. Ach ja, wir können das Pixel-Gerät schon bauen, oder? Warte mal. Tier 2 eigentlich. Ah ne, ist der Pixel-Kompressor. Genau. Wir brauchen ja ein anderes Gerät noch. Mhm. Die Raffinerie. Wir können nur die Pixel schon mal auf die Bank tun, aber das ist ein bisschen Contra. Ja? So. Jetzt bin ich aber hier vollkommen. Ja, vor allem brauchen wir 1000 Pixel mindestens, um das komprimieren zu können. Das stimmt. Und das könnten wir nicht mal nutzen. Wir könnten diese Maschine nicht nutzen. Erst nach dem zweiten Gegner, glaube ich. Ach ja, schaut mal bitte, ob ihr jetzt neue Rezepte habt für die Rüstung. Mh. Warte. Mh. 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 Ja warte, ich habe die ganzen Eisenbarren. Ach ja, wir können die Refernerie bauen. Hier, auf dem Crafting Table. Wir brauchen 450 Pixel, Kohle und ein paar Stahlbarren. Ja na warte mal, dann crafte ich das Ding. Ich habe genug Pixel für alle. Dann musst du Kohle mit Eisenbarren kombinieren. Crafting Table oder der Amboss? Ah, ich guck einfach mal. Äh, Amboss. Hat jemand Interesse an einem Snow-Infantory-Helmet? Behalt ihn selber mal, falls es kalt wird. dann kann sie nämlich im Notfall aufsetzen. Genau. Das macht natürlich Sinn. Kann ich den auch als Deko drüber setzen? Dann kann ich auch als Deko drüber nehmen. Wo seht ihr denn eine Raffinerie hier? Bin ich dumm? Ja, ich seh die auch nicht. Gib doch einfach mal RAF ein. Ne, Moment mal. Wo hab ich es denn? Es ist auf jeden Fall da. Dann zeig mir doch mal. Ah, Refinery. Refinery. Ja, genau. Ja, ist richtig. Dann können wir dann unsere Rohpixel zusammenstellen. Aus den Erzen, die wir nicht mehr brauchen. Alter, bei mir kommt nichts, wenn ich das eingebe. Ach so, da kommt der nur bei ihm im Tech dran. Das ist ja nur bei ihm. Du hast doch die Dings gelernt. Ach so, aber das hast du schon universell gemacht? Oder hast du schon mit dem den zweiten Tech? Schon mit dem falschen Char unterwegs? Nein, ich bin mit dem richtigen Char. Ich hab gerade die Star Map erst mal geupgradet. Ach, du hast die Star Map erst gerade geupgradet. Ja. Ach so, ja und dann geht das nur für dich wahrscheinlich. Ja gut, okay. Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich gucken, dass ich da ankommen. Dann kann ich nämlich uns Pixel herstellen und euch dann die Ausrüstung dementsprechend zusammenstellen. Ja, ansonsten kann, wenn du 1000 hat, dann könnte er theoretisch die Dinge uns herstellen. Dann kann er seine 1000 rindschmeißen und dir geben. Ich hatte mal 1000 bevor dem Star Map Upgrade. Jetzt hab ich nur 696. Ich hab nur 6 Pixel. Kriegen wir schon drauf. Irgendwie machen wir nichts. Ja, ich pack ja gerade welche rein. Wo sind die Rohbahnen? Also Rohärze in die grüne, macht einfach das Roh und die fertigen Barren in die grüne Truhe. Ich nehme das dann raus und mach das dann fertig. Okay, ich guck, ob ich noch was hab. Wo soll das Holz hin? Ja genau, das wollte ich auch grad fragen. Ja, ich hab ganz links jetzt reingetan. Okay, okay, okay. Ey, hier ist ein Computerbildschirm. 19 Zoll, Whitescreen. Geil. Cool, wir sind jetzt 95 an die Außenwelt angeschlossen. Darf ich Fremdwerbung machen? Der ist ja von Samsung. Geil. So. Der kommt jetzt Trillionen Euro. 154. Exklusive Mehrwertsteuer. Was war die Frage? Wer redet denn da? So, Moment. Jetzt erstmal Bandagen basteln. Tito. Ach, da hast vollkommen recht. So, ich werde jetzt erstmal ein paar Pixel besorgen. Mach das mal. Willkommen mit. Ich versuch schonmal die Refernerie irgendwie zusammenzuschustern. Mhm, mhm. Tu das, tu das. Ah Sims, hast du dir deine Ausrüstung zusammengecraftet schon? Guck mich doch an. Es ist sexy, guckt euch das an. Oh, elegant und schick. Hiropi mit rosa-roter Brille. Nice. Das Problem ist ja, ich hab drei Augen, aber nur zwei Gläser. Du, du, du. Ey, das ist das, ey, das stimmt. Das ist ziemlich dämlich. Ja, das ist, äh, Mobbing. Du bekommst leider keine Tropi-Brille. Mhm. Was soll's, was soll's. Es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres. So, ich geh jetzt erstmal die ganzen Bäume da oben hinpflanzen. Jo, mach das. Ah, da oben keine Treppenbauer ist wieder am Werk. Die sind sogar schon gespawnt, die Bäume. Yeah, yeah, yeah. Ich will nichts sagen, aber das Spiel läuft flüssiger jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ist aufgefallen, ja, ne? Ja, ist aufgefallen. Wunderschön. Wobei mir teilweise diese Holzdinge noch ein bisschen nachfliegen. Ja gut, so ein bisschen geht ja noch, aber eben war ziemlich extrem. Ja, ein bisschen Matrix-Effekt braucht jedes Spiel, also das macht alles besser. Da ist sogar das Holz-Up-Craften total spektakulär. Ne, damit die Zuschauer auch wissen, was hier so abgeht. Also wir haben einen Server bei Zap-Hosting gemietet und die berufen sich halt... Die sind schon mal scheiße. Ja, die berufen sich halt darauf, dass, ja, das Spiel ist in der Beta-Phase und das wird dann daran liegen. Ja, und das hätten wir vorher... Aber... Das lief ja letzte Woche, ist flüssig. Eben. Deswegen... Aber vielleicht durch die Patches wäre weiss, was die schon wieder eingeführt haben. Ja gut, man weiß es nicht... So, ich will den essen. Ich will den essen! Ich will den essen! Nicht! Robocop! Na, Robocop nehmen wir gerade im Nahkampf auseinander. Was, Robocop? Na hier, Kachnis Robocop, oder? Ich bin Robocop. Ich bin Robocop. Oh, hier sind diese... Stim-Pads! Diese Rasier-Klinge. Ja, der Handy mal mitnehmen, wir einbauen zu Hause. Ich komm nicht mehr hoch. Egal, wir haben Holz. Das machst du super, Futuma. Ich bin stolz auf dich. Oh! Ja, ich pflanze hier alles schön hin. Mhm. Können! Ich kann es ja noch Aquaknarre drüber machen, und dann wächst es schneller. Oh! Oh! Pfff! Das war die nicht, ja? Fetzt halt. Das war nicht gerade eine Aquaknarre, das war eine Furzknarre. Alles dasselbe. Eine ziemlich widerliche. Oop! Mistviech. Robocop fötzt jetzt einfach mal irgendwelche Viecher weg. Bird down, bird down. Ich beschütze dich. Ich komm wieder gar nicht mehr hoch. Blackbird down! Umrunden wir den Planeten. Blackbird down! Auf jeden. Ich land jetzt einfach mal so viele Bäume wie möglich überall hin. Blackbird down. Genau. Ich weiß noch nicht, weil du hast gestern noch geguckt. Kennt ihr den Film Black Dave Down? Ja, ja klar. Das war super. Super. Super war der Scale. Ach ja. Ich verstecke einfach mal den ganzen Scheiß, den wir nicht brauchen hier im Regal. Da liegt ein Pixel unten. Der braucht... Nee, quatsch. So Pixel geil bin ich nicht. Aber ich bin dafür so schnell einiges ausbauen. Oh, hallo. Ich wollte erstmal mal betätigen. Mein Nest, mein Nest. Mein Nest. Ja ich hab vorhin schon ein bisschen gegumt. Mein Baum, mein Baum, mein Baum! Guck mal hier, Futuma, ein weiblicher. Lass mal killen. Boah, der fliegt aber. Falschhaden, wetten? Alter, der überlebt das. Leute, lass mal den potenziellen Sexualpartner bitte in Ruhe. Nein. Wieso nicht? Ne, warte mal, das war der Vogelmensch, oder? Oh, ich hab leider keine Fähne dabei. Ich werd hier angegriffen. Au, 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 au. Und Couser lacht. Jürgen, Ray Rumble war der denn. Und Couser lachen. Wieso lachst du Couser? Lass uns etwa aus? Nein, 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 nein. Schön. Nein, 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 nein. Würde er jetzt nicht aufs Mauer bekommen, sagt einfach mal nein. Mauer fragt er, schießt er mit Feuer. Du bist ein Wasser-Pokémon. Oh, hier ist eine Trugel. Aber da ist ja nix drin. Ah, was ist das denn? Äh, Hilfe hier unten. Futuma. Oh, bis hin. Den Weg runter. Alter, schon wieder in die fucking Säure rein, ey. Was bin ich denn für ein Noob, verdammt? Oh, ich glaub, oh, das ist eine Bombe. Ach, das stirbt schon von alleine. Die Bombe sah gut aus. Ich helfe monarisch. Das war die letzte Seite. Alter, außerhalb meiner Reichweite, meine Freunde. Ich möchte jetzt nicht gerade hier zerbersten. Sonst verliere ich wertvolle Pixel. Hm, warte mal, ich kann da eventuell entgegenwirken. Oh, kalt. Es wird kalt. Oh Gott, Achtung. Warte, ich hab hier ein Feuer. Komm mal zu mir. Komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, komm zu mir. Schnell, schnell. Alter, seid ihr denn beschränkt oder so? Das hätte jetzt erst aufgenommen. Ja. Alter, war los. Der absolute Wahnsinn hat mich komplett zerfetzt hier. Ich hab Feuer gesetzt. Egal, jetzt bin ich wenigstens wieder in der Basis. Oh, gleich. Wer ist denn das hier mit der Nikolaus-Mütze? Ja, das ist der Zuse. Warte mal, dann setze ich ein anderes Feuer. Ich kenne mal mit dem Feuer dann nicht so aus. Oh, ja, das ist nice. Super. So, ich crafte mir jetzt mal so paar Treppenstufen und dann baue ich unser Zuhause mal so ein bisschen weiter aus. Mach das, mach das. Das ist sehr gewünscht. Kommt dann auch Tine Wittler? Ja, die kommt dann auch. Die kommt dann auch, ja. Aber ne, ich glaube, wenn die kommt, wenn die alleine kommt, also wenn die alleine auf dem Server spielen will, dann wird es schon lecken. Die ist so fett, ey. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Ja, dass wir die mitnehmen. So, ich mag vergessen. Achja, guck, dass ihr Kupfer-Eis auch mitnehmen. Daraus machen wir später da Pixel ab sofort. Ist da unsere Wohnung? Willst du nur Kupfer haben oder Eisen? Kannst du dich mal entscheiden? Beides. Ja. Dann sagt das doch. Das Gold, krass ein Goldklumpen. Hm, 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 hm. Oh, oh, kommt. was los? Ist eine gerüstet or whatever? Nee, ich habe nur die Fackeln im kurzen Moment. Ach, du willst weiterhin runter? Okay, warte. Oh... Achtung, Gift und so da unten? Ich bin andauernd vergiftet, komischerweise. Ja, das ist dieses grüne Wasser. Deshalb hast du hier die Dinge mit dem Rad... Deine eigene Pisse ist voll mit Gift. Das macht es auch mega ungünstig einfach hier bei der grünen Oberfläche finde ich. Ach meine hab ich vergescht. Stimmt. Oh, hier, hier ist Spielspaß. Hast du einen Bogen? Oh, ja, habe ich. Ich close. Äh, da. Ich treffe kein einzigen Fall. Ja, das ist auch irgendwie, die Kollisionsabfrage ist hier auch irgendwie voll für den Arsch. Bei dem Spiel. Ein bisschen. Was sind das überhaupt für Teile? Ich glaube, das sind wieder Vogel. Das ist ein Vogelplanet hier, also nicht Futuma, sondern Black Dave Air. Ach ja, wenn ihr eine Spitzhacke upgraden wollt, ähm, da scheißen wir auf alphabetische Reihenfolge. Wenn ihr sie braucht, dann craftet sie euch einfach. Ja, mir fehlen die Pixel dazu, sonst nehme ich sie gerne. Oh, warte mal. Vorsicht. Komisches Vieh. Alter, was hat denn das für eine... Ja, das hat eine, weiß ich auch nicht, eine MG oder so. Eine MG, ne? Eine MG? Hm. Habt ihr schon wieder eine MG-Hippe gefunden? I have a Idee. So, gut. Guck mal, hier unten ist noch ein bisschen, äh... Mit du einschlag! Juhu! Nein! Du bist gestorben. Fuck you! Die hat er mir in. Aber von dem Feuer war der Ding hinterlassen. Auf einmal war er weg. So ein Scheiß. Oh. Und seine letzte Wormwarte. Scheiß! Ach ja. Juhu, also oben geht's mächtig ab. Alter, oben, das sind übelst viele Vogelmenschen oder was das ist? Warum? Was? Wo? Vogelmenschen? Ich will auch. Ich will auch mal die töten. Ja, weil sie meinen Anke irgendwo sehen sollen, die Bezug mal am Seil hochzuklettern. Prozent 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 das war ein Wahnsinn wo seid ihr denn im Haus im Haus im Haar Prozent der Watt bei Spanien wenn er in die Seite zurückkommen ja ja ich Kümmern muss mich erst mal an die Oberfläche durchbuddeln wieder Thomas glaube ich noch irgendwo da unten oder ich suche mir zusammen für die für die Refinerie ich verstehe ich bräuchte Hilfe ja das ist mir zu weit ehrlich gesagt sorry ich hab keinen Bock ja das ist cool Pottich raus Pottich raus Ah jetzt hat sie getötet das Beste Gehen wir da nochmal hin Oh ich hab keine Bandaschen Pottich Pottich Ach wohin genau Alter das greift mich an Ich hau hier nochmal so richtig auf die Kacke bevor ich abkratze Ich hoffe es stinkt aber nicht Erstmal alle bitte in den Tod reißen Da markiert der gern den Major Tom mal ne Red Stim Pack Ja sag immer wo muss ich denn hier lang Oh keine Ahnung Guck auf den Kompass Ja ne das ist mir schon klar aber Wir sind so viele Gänge Wir sind so viele Gänge Einfach gar keinen Überblick grad hab Alter Rill dich hier wer da runter kommst umso besser ist das aber Ich suche nur einen Gang der wieder nach oben geht Alter was mach ich hier ey Ich hab keinen Plan ich mach einfach mit Boah wie unfähig ich bin Ich kann heute gar nichts Ja das erklärt dein Spielstil Ich ignorier mal alles Ignorier du mal genau Tut mir leid übrigens dass ich Karin nicht mit in den Tod gerissen hab Ja schämlich kein Ding Ja Kann ich verkraften muss ich dran glauben Ey jetzt auch nicht hoch Mann ist das kack Neu kraften Woodplanks Zack 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 Der Server ist besser und leckt nicht mehr Ach scheiße Alles Rügen die uns die Politik nur glauben lassen will Politik Ihr könnt euch also timetechnisch ist schon nice ja Also wir können theoretisch und Wir sind eigentlich in der Partzeit aus Ja deswegen hab ich ja gesagt ihr könnt theoretisch schon wieder nach Hause kommen Ja ich bin auf dem Weg aber es dauert noch ein bisschen Oh irgendeiner darf gleich ernten Aber ich bin ziemlich schlecht in den Sachen Ja in Sachen Hauswirtschaft Ganz so eigentlich Ich kann überhaupt gar nichts Das sollte ich mal hier so anmerken Ja ich bin immer ehrlich Das ist schön Oh nein vergiftet Oh Gott ein riesengroßer Giftsee Giftsee? Ja aber immerhin bin ich jetzt Ja ohne Scheiß das war Gucken wir uns mal an was jetzt die User hier fabriziert hat Das ganze sieht doch schon mal ziemlich geil aus Äh Ja schön Wo kommen die ganzen Bäume her habt ihr neue gepflanzt? Ja ich bin immer gepflanzt Aha der Foodtumor Das ist ein Denker Das ist ein Fuchs Und gut dass ihr jetzt nicht alle wieder verarbeitet automatisch Wir brauchen noch ein paar Fackeln Ähm als kurze Nachfrage nochmal Ja ich bin hier gerade unterjärter drauf Ich komm sowieso gar nicht hinterher Ich auch nicht Ich komm hier nicht mehr weg Ja und die Pixel die kommen auch nicht hinterher oder die kommen hier hinterher Gut Oh ich hab Angst Alter die Lawine hört ja gar nicht mehr auf hier Oh ich jump mal an den vorbei Oh haut rein War ist das krank Komm ich sammle euch mal ein Ich tut mir so leid Och vorbei So Oh Gott die Lawine hört nicht auf Kommt überall scheiße von der Ecke Dann würde ich mal sagen dann beenden wir den Part an dieser Stelle Abmoderation geil Und ich sage mal bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Hau rein